Bombenangriff auf unsere Städte mache Gutes. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Wenn der Krieg erstmal gewonnen ist, dann wird das mit dem Aufbau ganz schlägeln. Wie viele tausend Stunden haben wir beide mit diesen herrlichen Entwürfen verbracht. Sie sind ein großes Geniespür. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Wir sind die antiken Städte vor uns, der Kropolis. Wir sind die Städte des Mittelalters. Wir sind ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen.